Was geht Leute zu einem neuen Video? Heute mal wieder Semikraft. Es hat sich was sehr cooles verändert. Nämlich unser Haus ist fertig. Ich habe es fertig gebaut. Nur noch die Stäbchen hier, die wir machen. Sonst ist unser Haus fertig. Es ist so mega nice. Aber schreibt in die Kommentare noch, ob es Verbesserungen geben kann. Ich habe drin noch so ein Gaming PC gemacht. Ich habe jetzt gewusst, wie man die Bilder macht. Ich habe bei Google nachgeschaut und schaue, wie die heißen. Hier Leute, hier unten. Schreibt in die Kommentare, ob ich die Bilder noch gemacht habe. Ich habe alles noch gemerkt. Hier ist der Balkon. So, mit dem Mais geworden. Jetzt müssen wir aber erstmal die Stäbchen hier machen. Jetzt kommen wir hier hin hin, dann kann ich hier hin. Es geht dann nach, wie sie mir. Dann wissen wir. Dann tun wir nicht. Reicht sich aus so. Ich habe es so lassen. Ich bin da dran. Was noch in der Mitte? Was ist hier noch so zu sein? Ein bisschen nach so. Ihr könnt ja gerne noch Änderungen schreiben, damit es noch was zum Verbessern geht. Warum ist auch nicht? Ich brauche nicht den Holz abhängen. So. So. Hier noch so. 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 Erledigt. Genau. Ich möchte wieder streamen. Ich möchte wieder streamen. Irgendwie kann ich nicht mehr streamen. Irgendwie kann ich mal meine IP gesehen da drunten. Da ist er hier reingekommen. Ich möchte mal wieder streamen. Das geht irgendwie nicht. Ich schau noch mal. Sonst kann ich halt nicht streamen. Sehr dumm. Nicht streamen. Sehr dumm. Ja. Das ist ja mega unmäßig geworden. Ich baue euch heute zusammen. Ups. So. Kommt lassen. Ich glaube ihr habt mal gerne im PC drin Esel gesehen. Glaub ich. Ich zeige es uns nochmal. Hier so. Hier haben wir noch Eis. Hier haben wir noch Eis. Stimmt ja. Ich hab noch ein bisschen alten genommen. Um diese Tuckplatten zu machen. Na gut Leute. Das war's ja noch so mit dem Video. Ich hab halt nur ein Video so. Dass ein. Dass jetzt wieder Videos kommen. Aber jetzt halt nicht so viele weil. Nicht so viele weil. Weil ich noch so. Lernen muss halt. Lernen kann tollen. Neuern so. Dann Leute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich geh jetzt auch ins Bett. Und dann Leute. Sauti Sautau. Und ich hab ein neues Gehen.